In diesem Teil meines Crashkurses möchte ich dir eine neue Funktion namens Insights in Microsoft Teams vorstellen. Ich befinde mich hier nun in einem meiner Mathematikteams. Im Kanal Allgemein kannst du nun über den Button Plus eine neue Registerkarte hinzufügen. Hier findest du bereits Insights in der Preview-Version. Sollte Insights hier bei dir nicht angezeigt werden, kannst du es über die Suchfunktion suchen. Hier achtest du bitte darauf, dass du wirklich die Registerkarte Insights und nicht BA Insights wählst. Ich klicke nun auf Insights und werde nun von Insights darüber informiert, dass ich das Häkelchen über diese Registerkarte im Kanal posten, entfernen soll, da meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer auf die Insights natürlich keinen Zugriff haben. Ich entferne nun also das Häkelchen und klicke auf Speichern. Nun wird die Registerkarte Insights bereits geladen. Insights bietet dir eine wunderbare Übersicht über die digitale Aktivität, den Notendurchschnitt, die pünktliche Aufgabenabgabe, die durchschnittliche Zeit für Feedback und die Kommunikationsaktivität. In meinem Fall werden diese Dinge für heute angezeigt. Mit einem Klick, beispielsweise auf 30 Tage, kann ich nun auf die vergangenen 30 Tage zurückblicken. Ich sehe hier, alle meine Schülerinnen und Schüler waren in diesen 30 Tagen aktiv. Ich habe einen Notendurchschnitt von 91%, zu 89% wurden die Aufgaben pünktlich abgegeben, durchschnittliche Dauer für Feedback war 1,4 Tage und es fanden 58 Kommunikationsaktivitäten statt. Im unteren Bereich ist nun sichtbar, wann die jeweiligen Schüler an den einzelnen Tagen aktiv waren. Diese Schülerin beispielsweise war am 16. April hier zweimal im Mathematikteam aktiv. Mit einem Klick darauf wird nun dieser Tag geladen und ich kann genauer sehen, dass sie einmal um 8 Uhr und einmal um 9.09 Uhr aktiv war für einen gewissen Zeitraum. Später am Nachmittag war sie in diesem Team auch noch einmal aktiv. Durch diese Insights lassen sich nun Rückschlüsse darauf ziehen, wie oft deine Schülerinnen und Schüler im Team aktiv arbeiten und auch wie es beispielsweise mit der pünktlichen Abgabe von Aufgaben aussieht. Hat einer deiner Schüler oder Schülerinnen nun ein Rufzeichen vor seinem Namen, ist das ein Zeichen dafür, dass er im ausgewählten Zeitraum nicht aktiv gewesen ist. Im oberen Bereich kannst du nun auch auswählen, ob du diese Insights für alle Schüler angezeigt bekommen möchtest oder für einen gewissen Schüler oder eine gewisse Schülerin. Nun werden mir für den ausgewählten Schüler die Aktivitäten der einzelnen Tage angezeigt. Mit einem Klick auf Notendurchschnitt bekomme ich nun auch noch den Notendurchschnitt des Schülers im Vergleich zum Notendurchschnitt der ganzen Gruppe angezeigt. Unter dem Punkt Pünktliche Aufgaben wird angezeigt, welche Aufgaben pünktlich und welche Aufgaben verspätet abgegeben wurden. Auch ist ersichtlich, wenn eine Aufgabe nicht abgegeben wurde. Unter dem Punkt Durchschnittliche Zeit für Feedback wird angezeigt, nach welcher Zeit der Schüler oder die Schülerin ein Feedback auf seine Aufgaben bekommen hat. Und zu guter Letzt auch noch der Punkt Kommunikationsaktivität. Hier kann dann angezeigt werden, welche Kommunikationsaktivitäten stattgefunden haben. Ich denke, die Insights ermöglichen es uns nun, die digitale Aktivität unserer Schülerinnen und Schüler zu beobachten und hier auch frühzeitig eingreifen zu können, wenn die Aktivität bei dem ein oder anderen eventuell nachlässt. Ich hoffe, ich konnte dir nun einen kleinen Einblick in die Insights von Teams geben und wünsche dir nun viel Spaß beim Erforschen der neuen Möglichkeiten. Ich kann jetzt noch ein paar Sachen verraten. Ich will jetzt wieder anbauen. Vielen Dank.